ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt kommt Tiger! Ah! Was ist das für ein Spiel? Wen kümmert's? Hier rennt eine Maus frei herum! Eine Maus? Ah! Ben, ist das ein neuer Alien? Jetzt tue mir gut zu, Opa Max! Tiger hatte keinen Bock auf diese Kätzchen-Wahnstaltung! Aber jetzt ist Tiger hier! Oh ja! Setz lieber einen Schutzhelm auf, Opa Max! Denn Tiger macht aus dieser Strecke gleich! Kleinholz! Ben? Tiger will die Maus! Ben, was machst du denn? Weiß Tiger nicht genau! Aber Tiger verliert kein Katz-und-Maus-Spiel! Nicht gegen eine Maus! Tut mir leid! Tiger entschuldigt sich nie! Immer mit der Ruhe, Leute! Da sind nur eine Maus und ein großer wildgewordener Tiger! Wir, wir sind hier oben doch sicher, Bill! Wer weiß! Aber während wir uns von dem Nagetier ablenken ließen, hat das kleine Kätzchen die ersten vier Hindernisse bewältigt! Unglaublich! Für sie war das nur ein Katzensprung! Ha! Jetzt ist sie auf dem Catwalk der Furcht! Sie fliegt geradezu durch den Parcours! Ich glaube ja, sie läuft nur, Steve! Ohne Flügel! Aber was ist das? Oh, das blaue Kätzchen hat einen Herausforderer! Das ist vor der Haar! Spionage! Oh ja! Tiger schleichgeschickt wie eine Katze in der Nacht! Oh! Unsichtbar wie der Wind! Die Sache mit dem Schleichen liegt mir wirklich... Da! Suchst du Ärger, du spitzer Stein? Gut, dass mich keiner gehört hat! Oder doch? Ich bin ganz allein und wehrlos gegen diesen Drachen! Gäbe es doch nur einen stattlichen Helden, um mich zu retten vor dieser furchtbaren Kreatur! Ende der Szene! Welch gelungene Vorstellung sehr unheimlich! Fast so gelungen wie heute in der Stadt! Ich wusste es! Mach Platz! Keine Angst! Alles gut! Hi! Das sind die Halunken! Macht euch bloß keine Sorgen! Mit so einem Leibwächter kann im Königreich keiner was anhaben! Unser Ehrengast sieht das genauso! Hab ich recht, Ritter? Wie bestrafen wir die Eindringlinge? Ach komm, Prinzessin! Ihr wisst, wie wir neue Gäste im Königreich begrüßen! Oh ja! Der Zaubertrick! Zaubertrick? Zaubertrick! Juhu! Seht ihr nichts im Ärmel? Oh, ach egal! Jungs, macht euch bereit für die große Show! Ah! Letzte Chance! Was ist nur mit dir los? Gut, ganz wie du willst! Hey, hast du sie noch alle? Komm zurück, du Zeugling! Ah! 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 Versteck dich ruhig! Meinem exzellenten Geruchssinn kannst du Hexen nicht entkommen! Da bist du! Ah! Böses Kätzchen! Was war das? Das ist ganz normal! Bestimmt nur ein Alligator oder sowas! Hey, diese Würstchen sehen wirklich lecker aus! Sind sie fertig? So gut wie! Jetzt fehlt nur noch die Barbecue-Soße! Äh, oh oh! Nun, wie ich schon sagte, deswegen hat man einen Plan! Und? Äh, ich, äh, noch mehr Soße? Nein! Einen Plan B! Oh! Natürlich! Ah! Oh, komm schon! Äh! 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 Autsch! Äh! 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 Äh!